Willkommen zurück zum Let's Show zu GTA 5 auf dem PC. Ja, meine Schwester, also Franklin's Schwester oder wer das ist, tut sich gerade eine Sichtmaske aufziehen und hat hier Ventilator, okay. Ja, ihr seht es, es ist mit dem neuen PC jetzt, also Folge 1 war noch mit meinem PC und jetzt Folge 2 mit dem neuen PC. Wunderbar. Jo, was wollen wir heute machen? Wollen wir eine Mission machen? Aber eigentlich wollte ich mal kurz Waffen, habe ich Waffen? Nein. Ich möchte kurz mal Waffen einkaufen. Ich habe ja recht viel Geld durch das Vorbestehen von GTA 5. Ah, sieht das gut. Wir könnten zum Friseur gehen, nein. Ich muss eine Ammonation finden. Oder kann ich das gar noch nicht? Ja, dann machen wir eine Mission, komm. Ich kann mich ja jetzt schon viel besser bewegen, weil ich die Tasten jetzt recht gut... Ah, da heisst ja sogar Ammonation. Sehr gut. Weil bei GTA San Andreas war es so, dass am Anfang die Ammonation nicht offen war. Aber hier in GTA 5 ist alles offen. Ich bin halt so ein Old-Gamer, also... Ich bin mit GTA 3 bin ich eigentlich zu GTA gekommen. Und habe dann recht viel auf der Playstation 2 gespielt. Da bin ich auch zur Playstation 2 gekommen und... Da kriegst du Licht. Da kriegst du Licht. Ich bin mit dem Xbox-Datum gekauft. Das war ja dann ein Jahr, zwei Jahre später. GTA Vice City war wirklich super für mich. Ich liebte einfach dieses Ambiente und so. GTA San Andreas hatte ich dann nicht auf der Playstation 2, sondern erst später. Im Juni 2005 hatte ich dann auf dem PC GTA San Andreas gekauft. Und GTA 4 hat mich dann relativ kalt gelassen. Weil ich den PC damals noch nicht... Also den vorherigen PC noch nicht hatte. 2011 der vorherige PC dann hatte. GTA 4 auch gekauft. Da war es noch recht günstig. Episode of Liberty City habe ich es gekauft. Aber irgendwie konnte ich nur GTA 4 alleine spielen. Ich konnte GTA 4 Story of Liberty City zwar installieren, aber nicht spielen. Ich konnte das einfach nicht denken. Also da hat irgendwas Rockstar recht viel verschissen. Sozusagen. Ja. Und im GTA 5 auch realisierte Datum. Natürlich auf dem PC. Das ist später, aber... Ja. Kann man halt nicht viel machen. Weil ich keine Konsolen mehr gekauft habe seit dem... 2... Äh, seit dem Playstation 2. Ähm. Wieso bin ich so langsam? Ja, du musst nicht... Jetzt? Ja, jetzt geht's wieder. Komisch. Hier bin ich recht langsam. Wahrscheinlich will er gar nicht rennen hier. Der Franklin... Du siehst gut aus. Voll muskulösing. Eine Koffemaschine. Nein, ein Bild. Eine Auszeichnung, okay. Wieso ist eigentlich die Dings so weit unten? Ist ja fast am Rand. Aber denke ich einfach wegen der Übersicht, dass man mehr sieht. Die reden so schnell im Englischen. Ich will ihn so wie du sein. Ja, da kommt der Lamar wieder. Ja, Angestellter des Monats. Oh, jetzt schaut er. Du bist fucking with me, right? Man, we both being fuck with, dawg. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employer of the motherfucking shit, homie. I'm sitting up here trying to get a... What do you mean, fuck this employer of the motherfucking shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I won't it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners, I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When Names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it, it needs to say, winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing, just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Beskucci Beach. His name is... Okay, Esteban Ximenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, uh, employee of the month. Fuck. Fuck dich. Genau. Sag doch mal am besten. Er soll sich... Ich soll mich ficken. Also er soll sich ficken. Von mir heißt. Komm, Lamar. With the Tattoo on his face and shit. Yeah, that was him. Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit here, alright? I don't give a shit. It's the reason Simeon pays a couple of mean looking motherfuckers to come repose this Die leben. Okay. I ain't so sure about that. Schwachsinn. So, okay. Hier gibt's auch eine Ammunition. Man muss sich wahrscheinlich auf die grosse Karte schauen, damit ich sehe, wo die sind, dann weiter weg. Uh. Nicht in der Luft. Nach links. Ja, genau. Hör auf. Genau. Die hören sogar auf, wenn man einen Ufa macht, weil sie natürlich geschockt sind. Ich weiß jetzt, wo die Grove Street ist. Grove Street. Ah, das ist diese Mission. Ist eigentlich richtig nice. Nicht hupen. Ach. Drücke, um zu klirten. Ja, die, ähm, wurde, glaub ich, von Rockstar vorgestellt oder so irgendwas. Ah, es ist auf der Xbox 360 und Playstation 3 Version. Das ist nicht so gut. Vor allem kenn ich sie, wahrscheinlich von einem Let's Player oder so. Aber ich hab nicht alle Let's Play gesch... Also nicht das ganze Let's Play von einem geschockt. Weil das schon gigantisch ist und ich nicht so viel Zeit hatten muss. Hey, süß! Gibt's das... Gibt's das auf den Konsolen, das Katzen herumlaufen? Nein, 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 nein. Hey, hey, hold up. Es ist in einer dieser, Locker. Ich liebe Gazzin, Gazzin, ich liebe Gazzin. Du suche die Garagen. Ja, dann werde ich mal hier... ...schauen. Okay, jetzt kommen. Ich hätte auch ein bisschen Angst. Oh, ich verliere recht viel Leben. Ja. Und wo? Ah, da oben. Ja, wo? Wieso hast du so eine schlechte, du Gnade, Lama? Ja, jetzt hast du plötzlich... Guck mal, nein. Genau. Da kommt plötzlich einer gespawnt. Der wusste ich noch, dass der da oben kommt. Da oben ist auch noch einer. Ich sehe nicht so gut. Ach, schade, ich hätte ihn... Oh, gut. Oh, ich verliere noch. Uff. Ich verliere so noch. Ja, toll. So musst du nicht. So, jetzt. Wahnsinn. Das geht ja schon ab. Ich bin so gut, der Ego-Shooter-Spieler. Schnapp dir das Motorrad. Und wo ist der Motor? Aha. Aha. Das ist abgehört. Komm, schneller. Nein, nicht hier reinfahren, bitte. Uuuuh. Okay, man sieht es noch. Ich dachte schon, man findet es dann plötzlich nicht mehr. Komm, schneller. Wieso bist du jetzt so langsam? Also, ich muss jetzt den stoppen. Ich hoffe, es geht nicht so schwer wie online. Weil da online ging ein Auto einfach gar nicht kaputt, in der Einführung. Da muss man drauf schießen und ich hatte keine Munition, nix. Und zu gutem Glück kann man das dann noch gemüsslich eine Waffe holen und es dann trotzdem noch stoppen. Aber das ist, ähm dass ein Auto einfach nicht kaputt geht, weil es eine Einführung oder so ist, finde ich richtig scheiße. So, ich habe dich halt jetzt erschossen. Ja. Also dann. Ich habe gar keine Bullen. Okay, ja, gut. Äh, ja, eigentlich eine recht gute Emission. Wieso geht der einfach nach links? Ich hätte es einen richtig geilen Stunt da hinhauen können. Aber das wäre dann nicht so gut für meine Knochen. Ach ja, ich wollte ähm eine dieser Drogen essen. Aber, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wo eins ist. Da müssen wir da noch ein bisschen was suchen. Weil ich finde es schon interessant, sich ein Tier zuführen. Wieso nicht mal so eine Raubkatze oder irgendwas cooles, eine man kann sogar ein Hai werden, ein Hammerhai. Oh, das muss ich unbedingt kurz mal ausprobieren dann. Ich denke, die Mission ist jetzt nicht zu lange. Ich habe leider wieder nicht auf die Uhr geschaut. Aber immerhin habe ich jetzt eine Uhr hier. Apacian-Blut, ja, genau. Aha. Was erklärt... Erklärt einfach das Motorrad. Uh, da kommt noch eins auf die Schnauze. Re-Re-Re-Ciseur-Modus-Akteur-Akteur-Freischadung-Simon. Ah, Simon als Charakter. Gut. Rückführung. Bestanden. So. Also, dann müsste ich jetzt mal kurz zurück, um zu speichern, weil ich will diese, ähm, Drogen da nicht irgendwie verlieren oder so, weil die kann man nur einmal essen und dann nicht mehr. So, ich muss da runter. Ich will kurz doppelklicken, glaube ich. Ja. Ähm, die, ähm, die Dings, ähm... GPS anmachen. So. Ja, tut mir leid, aber du bist so schlecht abgebogen. Ähm, ich halte mich ja sehr an die Verkehrsordnung. Ja. Genau. So. Also, dann suchen wir bis nächste Folge mal dieses Teil, dieser Kaktus. Wenn wir nichts finden, können wir auch auf den Markt Gilead gehen, dann würde ich natürlich da schneiden. Und jetzt hat es kurz geleckt, das war wegen Frebs. Und ich kann mich irgendwie nicht richtig, ich kann nicht richtig steuern. So. Spiel speichern. Gut. Guten Morgen. Du trinkst E-Cola? Okay. Los Sanders owns you. Okay. Nun gut, ähm, ein paar Standorte, naja, müsste ich... ... noch wissen. Und zwar eines ist bei einer Half-Half-Pipe. Ich nehm das Motoren. War hart, die Pneus, habe ich gestorben. Lamar. Stretch. Der Mölle ist irgendwie online nicht, oder? Das ist richtig cool. Ich will das auch online haben. Naja. Ähm. Ja, dieses Auto ist schon ein bisschen angenehm. Zum Steuern. Beim Hollywood, also beim Winnewood-Schild ist, glaube ich, eines. Ähm, beim Observatorium in der Nähe, da bin ich jetzt mir gar nicht so sicher. Weil hier gerade der Flughafen ist, denke ich mal, werde ich mal am Flughafen außen herum noch eine Ausschau halten. Da muss ich auch nochmal kurz die Koordinaten, wenn hier unten der Flughafen ist. Ja, ich werde jetzt einfach mal... Ah, Mist. Also, dann schauen wir mal dorthin. Hm. Sehr leise ist das Fahrzeug. Hätte ich jetzt nicht gedacht bei so einem Brum. Bei so einer... Wie sagt man dem? So, ich muss hier runter. Das ist der Wepuchi Beach. Ähm. Die all ready for. Okay. Also es sind Kakteen. Ganz kleine Kakteen. Wo, ähm... Ja, eben dieses Ding bieten. Ich hoffe, die sind freigeschaltet. Aber ich denke schon. Es muss hier irgendwo eines geben. Ich weiß nur, dass man die fast nicht sieht. Der da? Nein, das ist ein Stern. Ich hoffe, die findet man noch. Oder sind die überhaupt eingebaut? Ich denke schon. Hier muss einer sein. Wie kann man das am besten Ding, ähm... Erkennen. Ne, das ist keiner. Da? Ist da ein Stein. Ja, ist der... Da unten? Nein. Ach, Mist. Kann das sein, dass es auch im Wasser innen ist? Hm. Ja, wenn man etwas sucht, das man gar nicht so gerade kennt. Okay, dann werde ich mal bis zum nächsten Mal den Standort herausfinden. Und werde es dann im nächsten Part benutzen. Also, sehr gespannt. Im nächsten Part kommt die Verwandlung in eine Tür. Ich hoffe, dass es cool ist. Bis denne. Ja, ich werde es dann im Wasser auf dem Wasser über ōt machen.